Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Wismann. Willkommen in diesem wunderschönen Ford Fiesta Titanium. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser Fiesta ein CD-Radio, MP3 mit Lenkradbedienung und großem Display. Ein USB- und AUX-Anschluss stehen zum Betrieb von MP3-Playern und so weiter bereit. Über die Bluetooth-Freisprecher verbinden Sie Ihr Handy drahtlos mit dem Auto, sodass Sie telefonieren können, ohne das Gerät aus der Tasche zu nehmen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Gegebenenfalls können Sie auch Musikdateien per Bluetooth ans Radio übertragen. Seine besondere Note erhält der Fiesta Titanium außen durch schickes Chrom-Dekor, Leistmetallfelgen, Scheinwerferprojektor-Design, abgedunkelte Scheiben hinten und die Lackierung Metallic. Im Innenraum gibt es Sportsitze, Lederlenkrad und Fußmatten. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autos filmen wir gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fiesta mit elektrischen Fensterhebern, Zentralverregelung mit Fernbedienung, einer automatischen Klimaanlage, Bordcomputer, Tempomat und elektrischen Spiegeln. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Servorad, Notrad, der Regensensor, ein automatischer Lichtschalter und selbst abblendende Innenspiegel sowie Nebellampen vorne und die Servolenkung. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020